ja hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Multiteft Auto so heute ist hier ein kleines Event sozusagen und zwar kann man wenn ich jetzt slash Ostern, ich bin jetzt gerade auf dem Server gejoint äh hier aktiv bis zum 28.04. wir haben jetzt den 19.04. so und dann kann man sich irgendwas kaufen habe ich gerade schon gesehen und zwar Hausmarker dann ein Ding jetzt und ich möchte gerne 400 Eier ich habe zwar zwei Eier schon aber bei 50 Eier kriegt man 10.000 und das behindertste ist, ähm gestern war ein Livestream von so nämlich, weil ich habe jetzt den Namen vergessen so und dann müssen wir alle eine Rampe runterspringen und mein Auto ist explodiert und jetzt habe ich leider gar kein Auto und ja das wäre auch geil wenn wir hier diese Eier finden dann können wir uns wenigstens ein Tourismo oder sowas kaufen oder die 10.000 damit wir uns ein neues Auto kaufen aber ich würde erst mal sagen ähm ich fahre jetzt einfach nur so rum oder ja doch ich fahre aber erstmal zum Dingendsten äh zu der Bank oder zu einem Geldautomaten damit ich mein Geld da draufweisen kann oder überweisen kann und ich habe jetzt auch eine neue Maus, das ist richtig geil weil meine alte kaputt gegangen ist die hat meine Schwester aus Versehen ja runtergefallen also oder ist ihr runtergefallen und da ist die, also die hat noch funktioniert nur die linke Maustaste war ein bisschen schwer zu drücken das heißt wenn ich irgendwas öffnen wollte dann musste ich erstmal tausendmal draufdrehen bis irgendwas geöffnet wurde deswegen ist dann mein Vater, halt mit meiner Mutter, weil mein Vater hat ja keinen Führerschein und meine Mutter schon äh sind die dann zu Saturn gefahren und haben mir dann eine Maus gekauft das war jetzt nicht so eine geile von Razor oder sowas also meine alte Maus war schon von einer guten Firma halt das ist jetzt nur eine 20€ Maus aber die ist eigentlich recht gut da würde ich sagen jetzt 4, 6, 7, 2 und ja deswegen muss ich jetzt mit der und das geilste ist bei der wenn ich auf die, also auf die Tasten da drücke ihr hört es jetzt vielleicht ihr hört bestimmt gar kein Klimpern von der Maus also wenn ich jetzt auf die Maustaste drücke hört ihr jetzt bestimmt gar nichts und bei der anderen Maus hat man was gehört das heißt wenn ich einmal da drauf drücke halt wenn ihr jetzt meine Videos gesehen habt dann habt ihr es glaube ich gehört und bei der ist nix das ist auch nämlich richtig geil bei der Maus und äh warte ich kann ja mal kurz gucken wie viel Geld wir haben ähm 14.000 äh aber wo gibt's denn diese Eier ey oder wie kriegt man die Ups Ostern ach man muss Aufgaben ja Leute wir haben ein Ostereier ey du kannst jeden Tag maximal eine dieser Aufgaben lösen dafür erhältst du Ostereier die du dann einlösen kannst bitte beachte dass du nicht zurückkehren kannst wenn du eine Aufgabe einmal ausgewählt hast bei einem Disconnect wird die Mission beendet Eiersalat der Computer des Osterhasen als ein Festplattenschaden durch dadurch sind einige Daten durcheinander gekommen helf ihm dabei seine Aufgaben trotzdem rechtzeitig zu erfüllen indem du die folgenden fünf Wörter erordnest du hast dafür zwei Minuten Zeit für jedes richtige Wort erhältst du zwei Ostereier äh äh what the fuck man ähm Osterfeier oder Osterfeier ja glaub schon Osterfeier äh fuck ey verpiss dich mal du Schlampe ey muss ich hier konzentrieren ey wir haben nur noch eine Minute und 20 Osterfeier 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 Alter ist das schwer oh Ich wette ihr habt die anderen schon alle erraten aber ich muss hier wirklich überlegen Ey Oh Mann, ich hab jetzt hier grad keinen Zettel, ey Oh Geh weg, Mann Oster Oster Warte, ich seh grad, hier ist noch ein N Alter, fuck Oster Osterfeiern Osterfeiern, vielleicht Keine Ahnung Oh Mann, keine Ahnung, ey Mann, ich bin zu blöd dafür, ey Wenigstens haben wir schon mal ein Osterei Ja Status Osterhasse Ich brauch 50, ähm Ah ja Das heißt, wir machen hier jetzt die ganze Zeit Diese Aufgaben, ey Ach so, ja Geheime Botschaft Ach, wir können immer nur eine Oh Mann Scheiß drauf, ich guck jetzt, was wir uns für ein Auto kaufen können und dann Ja, aber alle, das ist mies, ey Dass wir nur eine Aufgabe lösen können Was können wir uns denn für 14.000 kaufen Ein Hustler Ne Ich weiß, das ist jetzt zwar keine spannende MTA-Folge, aber ich hab auch keine Ahnung, was ich jetzt noch In diesen 10 Minuten machen kann Und ja, und die Folge wird auch heute nicht so lang Eigentlich eine Sag ich jetzt mal 15, 20 Minuten Folge machen, aber Ich muss auch gleich weg Deswegen gibt's halt nur eine 10 Minuten Folge Ich muss gucken, ob ich irgendwie mein Auto zurückholen kann, ey Weil ich hatte für richtig viel Geld ausgegeben Und das ist auch von mir ein bisschen scheiße gemacht, dass wenn das Auto explodiert Ja, es halt sozusagen dann vom Server gelöscht wird Ich würde auch schon sagen, wir nehmen glaube ich schon 10 Minuten auf Deswegen würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat Lasst eine Bewertung da Und abonniert meinen Kanal, nix dazu verpassen Und dann würde ich nur noch sagen Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.